Alles im Universum ist geometrisch. Seien es Menschen, Bäume, Katzen, Planeten, Sonnensysteme, Sterne, was auch immer. Alles im Universum kann anhand von geometrischen Maßstäben gemessen werden. Das vorausgesetzt ist es wichtig zu erwähnen, dass auch die Schöpfung geometrisch ist. Was wir uns heute ansehen werden, ist das Muster der Schöpfung. Im Wesentlichen bedeutet das, dass alles im Universum aus diesem einzigen Muster hervorkommt. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Dieses Bild allein wird alles verändern. In Folge 5 habe ich erwähnt, dass die alten Ägypter und andere alte Zivilisationen über ein tieferes und grundlegendes Wissen über das Universum verfügten. Das ist die Blume des Lebens. Es ist das Schöpfungsmuster von allem, was existiert. Auch nicht greifbare Dinge wie Gefühle, Gedanken und Musik in ihrer gesamten Bandbreite. Alles kommt von dieser Abbildung. Okay, also es gibt 13 Informationssysteme, die aus der Blume des Lebens kommen. Heute werde ich euch zeigen, wie die physische Realität sich selbst manifestieren kann, was nur einem der 13 Systeme entspricht. Es ist auch wichtig zu wissen, dass es am Anfang wahrscheinlich keinen Sinn ergibt. Deswegen schaltet nicht sofort ab, sondern schaut es euch mit einem offenen Gemüt an und versucht, es in einem neuen Licht zu sehen. Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass durch das Lernen der Heiligen Geometrie nur über Beobachtung lediglich ein winzig kleiner Teil erfahren werden kann. Wenn ihr wirklich mehr lernen wollt, müsst ihr beginnen, es selbst zu zeichnen. Das ist kein Scherz. Wenn ihr das tut, beginnt ihr, die Dinge in einem neuen Licht zu sehen. Ihr beginnt zu verstehen, warum die Dinge so geschehen, wie sie geschehen. Versprochen! Die Blume des Lebens war in alten Zeiten auf der ganzen Welt bekannt. Man kann sie in Irland, der Türkei, Israel, Ägypten, China, Griechenland, Deutschland, Indien und Island finden. Ebenso gibt es Aufzeichnungen darüber in England, Tibet, Japan, Schweden, Lapland, dem Yucatan und ungefähr 14 weiteren Plätzen. Dieses Ding ist überall. Und nicht nur das, es hat auch überall den gleichen Namen. Die Blume des Lebens. Also, um die Blume des Lebens zu verstehen, müssen wir zuerst darüber reden, wie sie entsteht. Das kann unglaublich komplex werden, aber ich versuche es so simpel wie möglich zu halten. Stell dir Bewusstsein in einer Leere schwebend vor. Was bedeutet, es ist nichts. Und dann Geist. Kein physischer Körper, kein Verstand, nur Geist, Seele. Das war's. Dann Dunkelheit. Im Wesentlichen ebenfalls nichts. Um die Seele herum. Unendlich weit. Dann entscheidet die Seele, etwas zu unternehmen. Also dehnt sie ihr Bewusstsein um sich herum aus, soweit es geht, ohne sich zu bewegen. Sie erschafft eine Sphäre, eine Kugel, um sich herum. Das ist der erste Kreis der Blume des Lebens. So hat die Seele ein Bewusstsein davon, was um sie herum in 360 Grad existiert. Sie bewegt sich dann zum äußersten Rand ihrer Kugel irgendwo und wiederholt den ersten Schritt. Das erschafft diese Abbildung, was auch die sogenannte Wesica Piscis erschafft. In der Wesica Piscis oder auch Fischblase liegt eine unermessliche Menge an Wissen über Weite, Proportion, Tiefe, sowie die Wurzeln von 2, 3 und 5, welches alle Zahlen sind, die unendlich weitergehen. Auch sogar noch interessanter. Sie enthält geometrische Information über das Licht. Ich werde darauf gleich zurückkommen. Die Seele hat keine andere Wahl, als dasselbe noch einmal zu tun. Sie ist fehlerlos, bewegt sich also fehlerfrei und erschafft den nächsten Kreis entweder hier oder hier, exakt an dem Radius vom nächsten Kreis entfernt. Jedes Mal, wenn die Seele eine weitere Kugel erschafft, kommt mehr und mehr Wissen aus der Abbildung, die dabei entsteht. Das erste komplette Bild ist das. Es hat zwei Namen. Der Same des Lebens oder das Genesis-Muster. Aus gutem Grund. Lasst uns nun kurz über das erste Buch Mose, also die Schöpfungsgeschichte, reden. Jede der Bewegungen der Seele bzw. Schöpfungen eines Kreises kann als ein anderer Tag gesehen werden. Bei der ersten Bewegung, der zweiten Kugel, wurde nicht nur das Wissen von mathematischen Proportionen erschaffen, sondern auch Licht. Der erste Satz besagt, die Erde war wüst und wirr und das Gottesgeist sich auf dem Wasser bewegte. Im nächsten Satz sagt Gott, es werde Licht. Der Schlüssel liegt in der Reihenfolge. Zuerst war da also die Bewegung und gleich danach kam das Licht. Oh, aber was es mit dem Wasser auf sich hat? Ihr müsst bedenken, dass die Bibel über die Zeit hinweg oft geändert wurde. Die alten Ägypter würden sagen, dass es unmöglich ist, wie unsere Bibel die Schöpfung beginnt. Besonders, wenn man es von einem physikalischen Standpunkt aus betrachtet. Stell dir einen dunklen, unendlichen Raum vor, der sich für immer und ewig in alle Richtungen ausdient. Du schwebst nur so vor dich hin mit nichts. Du kannst nicht wirklich fallen, denn wohin würdest du fallen? Aus einer rein physikalischen oder mathematischen Sicht ist Bewegung selbst oder kinetische Energie völlig unmöglich in einer Leere. Es ist nicht einmal möglich zu rotieren, denn die Bewegung kann nicht real werden, solange da nicht zumindest ein anderes Objekt im Raum ist. Die alten Ägypter hätten also gesagt, bevor Gott sich auf dem Wasser bewegte, hätte es vorerst etwas erschaffen müssen, um sich in Relation dazu zu bewegen. Also, Genesis-Muster. Nach drei Kreisen erhalten wir die heilige Treffhaltigkeit. Sehr interessant, in vielen Bibeln auf der Welt, nicht nur in der christlichen, heißt es, dass am vierten Tag der Genesis genau die Hälfte der Schöpfung vollendet war. Von der ersten Bewegung ausgehend sind es nach vier Bewegungen genau die Hälfte der Kreise. Fünfter Tag, sechster Kreis. Noch mehr Informationen. Und dann, am sechsten Tag, ereignet sich ein geometrisches Wunder. Der letzte Kreis formt eine komplette, sechsblättrige Blume. Das meinten viele der frühen Bibeln, in denen es hieß, am Anfang waren es sechs. Unsere Bibel sagt sogar, dass die Schöpfung in sechs Tagen stattfand, und das passt haargenau. Das ist das Muster der Schöpfung. Deswegen wird es Genesis oder Schöpfungsmuster genannt. Und es ist auch der Anfang der Schöpfung des Universums, in dem wir hier leben. Diese ursprünglichen Bewegungen der Seele sind sehr wichtig, aber lasst uns jetzt etwas noch Cooleres betrachten. Ein weiteres Bild, das aus diesem Muster kommt, ist dieses hier. Es wird der Baum des Lebens genannt. Viele werden das als die jüdische oder hebräische Kabbala erkennen, aber die Kabbala hat dieses Muster nicht erfunden. Dafür gibt es Beweise. Der Baum des Lebens gehört zu keiner Kultur, nicht einmal zu den Ägyptern, die den Baum des Lebens schon vor rund 5000 Jahren zweimal in die drei Säulen im Kanak-Tempel Luxor einordnet haben. Er steht abseits jeglicher Rasse oder Religion, wie auch alle anderen dieser Abbildungen. Es sind Muster, die als Ängste mit der Natur verbunden sind. Ihr werdet außerdem feststellen, dass jeder Kreis im Baum des Lebens entweder die Länge oder Breite der Wesica Piscis hat. Die zweite Form nach dem Genesis-Muster in der Blume des Lebens ist das Ei des Lebens. Dieses wird während der zweiten Wirbelbewegung geformt. Bei der Vollendung entsteht eine Form wie diese, eine dreidimensionale Form, die du in der Hand halten kannst. Würdest du alle Mittelpunkte verbinden, hättest du einen Würfel. Na und, man interessiert es nach die alten Ägypter, dass sie sich mit Schöpfung, Leben und Tod beschäftigten. Sie nannten diese Anhäufung von Kugeln das Ei des Lebens. Du wirst mir wahrscheinlich noch nicht glauben, aber diese Form ist die morphogenetische Struktur, die deinen Körper geschaffen hat. Deine gesamte physische Existenz hängt von der Ei-des-Lebens-Struktur ab und alles über dich wurde durch diese Form kreiert. Alles. Von deiner Augenfarbe bis hin zur Länge deiner Finger. Das wäre eine ganze eigene Folge für sich. Lasst uns also für jetzt weitergehen. Überall auf der Welt wurde die Blume des Lebens auf die exakt gleiche Weise dargestellt. Eigentlich könnte dieses Muster ja unendlich fortgesetzt werden, aber es hörte immer, wirklich immer, nach 19 Kreisen auf. Warum? Nun, weil sie nicht wollten, dass ihr seht, was ich euch gleich zeigen werde. Damals war diese Abbildung und das Wissen darüber so heilig, dass es nicht allgemein bekannt werden durfte. Das war angemessen zu jener Zeit. Jetzt allerdings nutzen wir entweder die Informationen oder fallen weiter in die Dunkelheit. Jede Eizelle hat eine Zona Pellucida, also eine Schutzhülle, rundherum. Diese Kreise sind die Schutzhülle der Blume des Lebens. Ihr müsst sie entfernen, dann die Kreise vervollständigen, die von der Zona Pellucida abgeschnitten wurden und in einem weiteren Schritt habt ihr das Geheimnis. Vervollständigt die Zeichnung und fügt die letzten Kreise hinzu. Dann bekommt ihr das hier. Dieses Bild ist die Frucht des Lebens. Dieses Muster, bestehend aus 13 Kreisen, ist eine der heiligsten Formen, die existiert. Sie wird Frucht genannt, weil sie das Resultat ist. Die Frucht, aus der die Struktur der Details der Realität erschaffen wurde. Erinnern ihr euch, wie wir in Folge 4 über männliche und weibliche Energie gesprochen haben? Wie ihr sehen könnt, ist dieses Bild weiblich. Es hat keine Geradenlinien. Wenn wir allerdings männliche Linien mit den weiblichen Kreisen kombinieren, passiert etwas ganz Erstaunliches. Wir zeichnen also gerade Linien von der Mitte jedes einzelnen Kreises zur Mitte aller anderen. Dadurch entsteht diese Zeichnung, welche im gesamten Universum überall als Metatronswürfel bekannt ist. Es ist eines der wichtigsten Informationssysteme im Universum, eines der grundlegenden Schöpfungsmuster. Also, was ist Metatronswürfel? Nun, jeder, der heilige Geometrie oder in diesem Fall auch normale Geometrie studiert hat, weiß, dass es fünf einzigartige Formen im Universum gibt, die wesentlich für das Verständnis von heiliger sowie regulärer Geometrie sind. Sie werden die fünf platonischen Festkörper genannt. Ein platonischer Festkörper hat bestimmte, genau definierte Charakteristiken. Zuerst einmal sind alle Seiten gleich groß. Zum Beispiel ein Würfel. Der wohl bestbekannte platonische Festkörper hat ein Quadrat auf jeder Seite. Es sind also alle Seiten gleich groß. Zweitens, die Kanten eines platonischen Festkörpers sind gleich lang. Alle Kanten des Würfels sind gleich lang. Drittens, es gibt innerhalb nur eine Winkelgröße zwischen den Seiten. Im Falle des Würfels sind das 90 Grad. Und viertens, wenn der Körper in eine Kugel gegeben wird, passt er perfekt hinein. Das heißt, alle Ecken berühren ganz genau den Rand. Mit dieser Definition existieren neben den Würfeln nur vier weitere Formen, die darauf zutreffen. Welche sind das also? Da ist der Dodecaeder, der Tetraeder, der Oktaeder, der Ikusaeder und eben der Hexaeder. All diese Figuren sind in Metatronswürfeln zu finden. Aus diesem Wissen stammt auch die ursprüngliche Alchemie. Die alten Alchemisten und große Seelen wie Pythagoras, der Vater Griechenlands, klingen davon aus, dass jedem Festkörper ein elementarer Aspekt zugeschrieben ist. Dem Tetraeder Feuer, der Würfel war Erde, Oktaeder Luft, der Ikusaeder war Wasser und der Dodecaeder Eta. Eta, auch bekannt als Prana, Chi oder Tachionenenergie, ist alles die gleiche Sache. Es bereitet sich überall hin aus und ist zugänglich zu jeder Zeit an jedem Punkt in jeder Dimension. Das ist das große Geheimnis der Nullpunkttechnologie. Die Kugel ist leere. Diese sechs Elemente sind die Bausteine des Universums und sie erschaffen die Qualitäten des Universums. Zusammenfassend ist das das erste Informationssystem, das durch Metatronswürfel aus der Frucht des Lebens kommt. In der Alchemie wurde über Eta nur selten gesprochen. Wenn jemand aus der Pythagoräischen Schule das Wort Dodecaeder außerhalb auch nur erwähnte, wurde er sofort umgebracht. So heilig war diese Form. 200 Jahre später, als Plato lebte, sprach er darüber, jedoch nur sehr vorsichtig. Und zwar deshalb, weil der Dodecaeder dem äußersten Rand eures Energiefeldes sehr nahe und die höchste Form des Bewusstseins ist. Da gibt es noch einiges mehr, aber für jetzt reicht es erst einmal. Wie auch immer, kennt ihr das? Das Periodensystem der Elemente? Jedes einzelne Element auf dieser Tabelle hat eine geometrische Beziehung zu einem der fünf Festkörper. Zeitgemäßige Lehrte verspotteten diese Idee. Bis in den 1980er Jahren Professor Robert Moon an der Universität in Chicago demonstrierte, dass das gesamte Periodensystem, buchstäblich alles in der physischen Welt, auf genau diesen fünf platonischen Festkörpern basiert. Tatsächlich wurden und werden in der gesamten modernen Physik, Chemie und Biologie die heiligen geometrischen Muster der Schöpfung wiederentdeckt. Ein anderes Beispiel ist das Ei des Lebens, das ich euch vorher gezeigt habe. Hoffentlich hilft das zum Verständnis, wie unglaublich und wichtig diese Entdeckungen wirklich sind. Alles, was die moderne Wissenschaft über die Elemente und Realität weiß, ist durch die platonischen Festkörper miteinander verbunden, die aus Metatrons Würfel kommen, der aus der Frucht des Lebens stammt, die von der Blume des Lebens kommt, die von der Seele erschaffen wurde. Puh! Ob du nun überzeugt bist oder nicht, das ist das fehlende Stück im Puzzle. Es kommt alles herunter zur Seele. Vergiss nicht, das ist nur eines von 13 Informationssystemen, die das Universum schufen. Wenn du das alles selbst genauer studieren möchtest, ist das Buch Die Blume des Lebens ein guter Tipp.